Der Aufenthalt Der Aufenthalt Der befristete Aufenthalt Der befristete Aufenthalt Der Daueraufenthalt Der unbefristete Aufenthalt Der unbefristete Aufenthalt Der Antrag Der Entrag Der Entrag Die Erlaubnis Die Genehmigung Die Niederlassungserlaubnis Die Niederlassungserlaubnis Die unbefristete Aufenthaltserlaubnis Die Daueraufenthaltsgenehmigung Die Daueraufenthaltsgenehmigung Der Ausweis Der Ausweis Der Ausweis Der Name Der Vorname Der Nachname Der Familienstand Der Familienstand Verheiratet Verheiratet Ledig 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 Das Geburtsdatum Das Geburtsdatum Der Geburtsort Der Geburtsort Das Formular Das Formular Das Formular Das Formular Das Formular Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten Der Termin Der Termin Der Termin Minderjährig 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 Die Staatsangehörigkeit 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 Ein neues Gesetz Ein neues Gesetz Ein neues Gesetz Die Verlängerung Die Voraussetzung Ablaufen Ausfüllen Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Personalausweis läuft nächste Woche ab. Ich hätte gern einen Termin zur Verlängerung. Ich hätte gern einen Termin zur Verlängerung. Das stimmt, aber Sie sind zu spät gekommen. Das stimmt, aber Sie sind zu spät gekommen. Sie hätten vor einem Monat beantragen müssen. Sie hätten vor einem Monat beantragen müssen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Als erstes müssen Sie diesen Antrag ausfüllen. Als erstes müssen Sie diesen Antrag ausfüllen. Geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis. Ich gebe Ihnen einen Termin für nächste Woche. Ich gebe Ihnen einen Termin für nächste Woche. Geht das heute nicht? Geht das heute nicht? Nicht. Die Bearbeitung des Antrags benötigt Zeit. Ich versuche den Antrag so schnell wie möglich zu bearbeiten. Sie brauchen auch eine Kopie von Ihrem Mitvertrag. Sie brauchen auch eine Kopie von Ihrem Mitvertrag. Ich habe keinen Mitvertrag. Ich habe keinen Mitvertrag. Das ist eine Voraussetzung. Das ist eine Voraussetzung. Sie brauchen unbedingt eine Kopie bis nächste Woche. Sie brauchen unbedingt eine Kopie bis nächste Woche. Okay, ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Vielen Dank, bis nächste Woche. Vielen Dank, bis nächste Woche. Also, ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes.